Ich habe hier einen Rahmen gefunden und ich bin mir nicht sicher, was das ist. Könnte eine Simson sein, aber dieses dicke Stück hier verwundert mich ein bisschen, weil der S51-Rahmen, der sieht zwar auch so aus, aber der hat hier eine dicke nicht. Dann ist hier noch ein Gepäckträger dabei. Aber alles schon sehr durchgerostet. Aber der Hauptrahmen, vielleicht kann man den noch retten, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist da noch das Typenschild dran. Gut, den hat er gerade schon ein bisschen sauber gemacht. Dann machen wir noch ein bisschen weiter sauber. Dort können wir was erkennen. VEB Simson, Moped SR2, Baujahr, irgendwas mit 1950. Ein ganz altes Exemplar. Ich werde es mal noch ein bisschen mehr sauber machen, damit wir das komplett lesen können. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Nummer gesichert. Der ist noch kernig, auch wenn er ziemlich verrostet aussieht. Vielleicht könnte man den nochmal ran strahlen. Das ist auf jeden Fall wert, weil das ein sehr altes Teil ist. Da sieht man sogar noch ein bisschen Originalfarbe. Scheint grün gewesen zu sein. Da steht Suhl. Ist eigentlich logisch, ne? VEB Simson Suhl. Und hier bei Baujahr ist auch wirklich schwer zu erkennen. Aber da ist, glaube ich, eine 7. Also 1957. Gewicht 145 Kilo. Moped SR2. Also wirklich ein richtig altes Exemplar. Schade. Das ist wirklich schade drum, dass es so lange schon liegt. Also den Rahmen nehme ich mit. Ob ich das mitnehme, das weiß ich noch nicht. Das ist wirklich sehr bröselig. Wahrscheinlich nicht. Ich werde mal ein Foto einblenden, wie so eine Simson SR2 mal aussah. Eine Axt. Ziemlich gut erhaltene, moderne Axt. Und die ersten Mücken sind da und greifen mich an. Das ist natürlich doof. GDR. Da will ich mal schauen, was da draufsteht. Moment. Meine ****** Mücken. Irgendwas große Tiefet. Es ist inzwischen dunkel geworden. Ich habe irgendwie ein Riesensignal hier unten. Irgendwas großes Objekt. Eckig. Kriegt man noch nicht raus. Ein bisschen weiter graben. Einfach nur eine Ofenplatte oder so. Eine Ofenklappe, ja. Oh, meine Augen. Könnte das zum Trommel-Ding sein. Ein Koppelhaken. Guck mal. Mit Öse dran. Kreußen. Mit Öse. Ein kleiner Koppelhaken. Oh, hier hängt auch noch was dran. Kannst du mal dein Handy rausholen? Dann können wir das gleich mal zeigen und bestimmen. Das ist doch ein sehr cooler Pfund. Den habe ich aber schon gesehen. Genau den. Schon des Öfteren. Ich glaube, hier war auch noch mal ein Öse- und Haken dran an der Seite. Ja, da war auch was. Guck, da ist was weggebrochen. Jetzt kommt mein Pfund. 336 Euro. Yeah. Wie mein Pfund. Wird mal besser. Ja, das gibt es hier in verschiedenen Ausführungen. Ich kenne sowas als Türgriff. Wo es an der Tür war zum Kloppen, aber da war der meistens größer. Ja, nee, das ist er aber nicht. Nee. Ist irgendwas cool, das? Das ist schwer. Ach ja, stimmt. Das könnte vielleicht von Dolch sein oder so, vom Angehänge. Wisst du? Dolch, das ist nicht. Nee, ich glaube, da hing mal was dran. Kriegsmarine-Dolch. Nee, nee. Das war was richtig gut. So, nach langem Suchen habe ich jetzt einen interessanten Pfund gemacht. Scheint eine Art Emblem zu sein. Ich werde es gleich sauber machen. Alex, Rico und Silvan sind mit dabei. Ah, das habe ich schon mal gesehen. Aber was genau, das weiß ich nicht. Aber vielleicht könnt ihr es mir sagen. Ich wage mich zu erinnern, dass der Preußen-Sondler mal genau das Ding gefunden hat in einem anderen Video. Da steht drauf, prima, Standardqualität. Und das müsste ein Fahrrad-Emblem sein. Sehr schöner Pfund. Mein erster Pfund heute. Ja, nach vier oder fünf Stunden Sonde. Leider haben wir nicht mehr viel Zeit. Aber ich hoffe, es kommt noch was Schönes. Die anderen sind auch hoch motiviert, da jetzt hier in dem Wald tatsächlich sehr viele interessante Signale gekommen sind. Und das, da freue ich mich, dass ich jetzt auch einen Pfund habe. Der Rico hat den Löwenkopf und ich habe diese Emblem. Mal sehen, was die anderen noch finden können. Gefilmt. Es ist gut, dass du nicht filmst. Hey, Solli, komm mal schnell her. Da ist was Silvan da drin. Kuck dir das an. Das ist Silvan. Das könnte was Geiles sein. Was hast du denn da hinten? Ja, irgendwie ganz oberflächlich. Das ist noch gar nicht sauber. Das ist irgendwie Leder. Und wenn du hier kriegst, siehst du eine Luft, eine Schnalle. Und das ist ein Schulterstück, Pickel. Und das ist irgendwas anderes hier. Stimmt, das ist ein Rangstern. Hier stehen wir mit 13 oder 43, 111 irgendwie hier. Nimm das, Maik. Vielleicht kannst du das ganz vorsichtig abbürsten. Ich glaube, da bist du hier. Luftwaffe, Rangstern ist das. Das ist auf jeden Fall von der Luftwaffe, ja. Ich drehe mal so, damit ihr sehen könnt. Luftwaffe. Hier ist auch ein Rangstern. Siehst du den? Der könnte vom Ledermantel, oder Ledermantel wirklich? Aber der hat doch nicht auf den Schultern die Dinger gehabt. Wie nennt man denn die Kleinen? Die schwingen. Das sind Luftwaffen, die sind eigentlich vom Kragen eigentlich. Aber der hat doch die nicht auf dem Arm gehabt, oder was? Das sind das Größere da noch mit dran. Das hier. Ja, das hier. Das versteht nicht ganz. Das schwingt mal her, damit ich es mal filmen kann. Um Müllers wehen. Ah, das sind Hochwert, die Rangstern. Schuck mal her. Ja, aber das in der Mitte war, verstehe ich nicht. Das hier. Guck mal, wenn du alle Fotos findest, wie ist das denn? Und hier steht 43111. Warte, was ist das denn? Oh, ruf ein Stück Leder drauf. Warum? Versteht nicht. Da komme ich nicht so ganz klar, was das sein soll. Das kennen wir doch nur von einem Kragenspiegel normalerweise. Die Kleen, äh, äh, die Kleenlinger. Packet irgendwo vorsichtig eins. Wir können ja mal gucken, ob hier noch was liegt. Vorsichtig, die Bereiche nochmal absondern. Es sind hier noch Signale. Ich muss mal erstmal vorsichtig verpacken. Sichergestellt. Sicherstellungstüte. Verbomben. Schilb sie über meine Hand. Dann muss ich es nicht reinwerfen. Könnte das eine Pet-Schaft sein? Na, mit viel Fantasie bestimmt. Schau dir die schöne Patina an. Wenn du mal drin gravierst, dann kannst du das auch als Pet-Schaft benutzen. Das ist mein persönlicher Stempel. Da steht auf jeden Fall was drauf. Aber was war es mal? Ja, ein Knopf oder was zum Drehen irgendwie, wa? Ein Knopf. Ja, wohl, ja. Könnte tatsächlich sein. Zum Drehen. Guckst du. Na ja. Das passiert dir jedes Mal. Warum passiert mir denn das immer? Ja, weil du vielleicht mal ordentlich was essen musst oder so. Vielleicht mal ein Schild, Schnitzel oder so. Oh ja. Aus Fleisch. Eine Schnitzel hätte ich jetzt Lust. Ich auch. Mit Schrauben dran. Vielleicht war das mal eine Bodenplatte, wo irgendwas draufstand. Vielleicht konntest du auch ein Bild drin stellen. Ein Beständer für irgendwas. Könntest du dir vorstellen, dass es aber drauf war. Reinigen, schoben hier so. Und dann vielleicht. Ich habe auch irgendwas komisch. Oh, verkromt. Da steht sogar mal drin in der Nummer. Könnte vom Auto sein. Oder? Oder. Alter. Das ist der Flügel von einem ganz großen, verkromten Reichsadler. Rechts. Hm. Ein rechter Flügel. Hm. Oder der linke halt. Ja. Nee, der rechter. Und das ist hier so. Hier kann ich ein Bild von mir drin stellen. Dann kann ich das verlosen bei YouTube. Und dann gibt es Leute, die freuen sich vielleicht drüber. Wenn sie von mir so ein Bild auf dem Ständer haben. Oder irgendwie so. Ein Bild von meinem Ständer auf dem Ständer. Ja, das muss irgendwo eingeschoben gewesen sein, ne? Komische Teile. Könnte ein Ständer sein für irgendwas, ja. Müssen wir mal gucken. Hier, das ist alles ein bisschen komisch hier, der Wald. Ganz eigenartig, ja. Schuhe liegen hier auch schon wieder rum im Wald. Famos. Das ist ja sehr famos. Oh, das ist eine Ameisenwohnung. Platziert lieber wieder da hin. Wenn ja nicht die Ameisenhaus zerstören. Ich habe auch gedacht, es könnte eine Schnalle sein. Das ist eine Schnalle. Von so einem Rucksack vielleicht so. Oder eine alte Tasche. Na, letztendlich ist es ja sowas hier. Wie am Rucksack. Wie du so hast, hier unten feste an. Und dann machst du das Bandlose oder fest. Ja, das sieht genauso aus. Da ist sogar so ein Nippel dran, ne? Zum Anfassen, ja. Ein Anfassen-Nippel. Hier. Nippel zum Anfassen, danke. Vielleicht nähe ich mir da raus nochmal eine neue Schnalle. Jetzt habe ich hier was gefunden. Und zwar nutzt sich das dabei um einen kleinen Taschenbeschlag. Hier ist das Schlüssel noch. Vielleicht ist auch die Schnalle, die Alex gerade gefunden hat. Von dieser Tasche. Sieht aus wie von einer Aktentasche oder so. Vielleicht gehört der Schuh auch dazu. Er liegt hier gleich nebendran. Vielleicht ist jemand hier langgelaufen. Ja, höchstwahrscheinlich eine russische Schnalle. Ich habe nämlich gerade einen russischen Knopf gefunden. Wo man einen Hammer und Sichel drauf finden kann. Nicht dein Ernst. Mach mal gerade sauber. Schau doch mal. Ein neumoderner russischer Knopf. Von der Sowjetarmee, die bis 1994 hier in Deutschland unterwegs war. Die ersten Spuren kommen jetzt hier drin. Ja. Ich habe jetzt auch so eine Schnalle, wie der Alex gefunden hat. Direkt einen Meter daneben. Da ist die Funddichte etwas höher. Alex hat auch schon wieder ein Signal. Kann ich schon greifen. Ist das denn was großet? Das ist was Verrostetes. Das war mal ein Taschenmesser. Da hat jemand seine russische Tasche mit einem russischen Knopf und einem russischen Tassenmesser liegen lassen. Tassenmesser. Tassenmesser. Aber das ist ganz schön verrostet. Das können wir nicht wieder herstellen, oder? Nee, das musst du nehmen. Das nehme ich jetzt mit. Also hier haben wir jetzt wieder so eine Schnalle. Da ist sogar noch Leder dran. Und ganz viel Stoff. Und hier ist noch mehr Leder. Und die Schuhe noch dazu. Wir haben ja schon mal so was gefunden. So ein Russenschal, wo ganz viele russische Knöpfe dran waren. Ja. Könnte auch so was sein. Schauen wir mal weiter. Ach, nicht so schnell. Noch so eine Schnalle? Ja. Ich habe so einen Knopf. Einen russischen. Echt? Hm. Der lag jetzt einen Meter daneben. Hier sind Signale. Also ich würde sagen, ich habe mal wieder den Vogel abgeschafft. Ja, der Vogel. Wo ist er denn? Ja, hier ist der Vogel. Oh. Der Zustand. Ja. Und die Patina. Oh, das ist richtig schwer. Ja. Ich würde sagen. Na, liebe Zuschauer. Worum handelt es sich dabei? Worum handelt es sich dabei? Eindeutig eine Nahkampfspange. Richtig. Ne, die harte Bürste bitte nicht verwenden. Aus, 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 aus Plaste. Nimm mal bitte das in die Hand und nimm mal wirklich meine Bürste jetzt. Ja. Manchmal geht auch deiner, aber in dem Fall. Das war dir ganz was besonderes, wa? Das bricht ganz leicht ab. Ja, das hat noch eine gute Substanz, wa? Ja, das ist noch komplett. Und das ist komplett, ja. Müssen wir gleich mal in so eine Box prallen. Ja, ins Coinpad mit Schutz, ja. Ja. Das ist was Schönes. Vielleicht liegt die Mütze auch noch hier. Das ist auf die Zacken können abbrechen, ganz schnell. Weil in dem guten Zustand. Haben wir das noch nie gefunden. Nee. Ihr wisst, ich habe damals mal eins gefunden. Das war wirklich sehr dünn. Habe ich mal wieder einen guten Spot rausgesucht hier? Vielleicht. Ja, du hast schon mal eins davon. Ja. Ich habe logisch noch keines davon. Aber jetzt muss man mal gucken, ob das wirklich so ist wie das an der Mütze war. Die hat nämlich, die hat keine Ufni-Löcher. Die sind ganz oben in den Spitzen, die Löcher. Vielleicht sehen wir die jetzt gerade nicht. Also das ist ein Edelweiß natürlich. Und in einem wunderbaren geschichtlichen Zustand. Also mit einer schönen Patina. Da hinten scheint so was wie eine Clip zu sein. Bürste mal die Rückseite noch. Das muss man auch mal filmen. Guck mal, ich wollte deine Bürste klauen. Ey. Die ist bei dir in der Tasche dran, ich stecke sie bei mir in der Tasche. Ja, das ist das Sicherheitsband, damit das nicht passiert. Gut. Aber die Rückseite nochmal, ja. Vorsichtig. So ein schöner Teil. Oh, da ist nie, da ist sowas nicht. Ne. Ist so cool. Hol dir kriegt. Doch, da ist sowas. Und zwar genau da. Siehst du? Ja. Ist das Schnipsel da? Könnte sowas sein. Oder auch nicht. Da hat es einen kleinen Riss. Aber sonst? Geil. Pack ein. Ne, wir haben jetzt wohl erstmal Kölger draus. Was ist das denn alles? Eine andere Funde. Eine andere Funde, das ist ja auch ein Abzeichen, was da noch drinnen zerquetscht rumliegt. Das ist aber so, das ist ganz dünne Abzeichen. Naja, dann brauchen wir eine andere Box. Ja. Ich habe ohnehin damit, dann machen wir es da rein. Musst du mal ausleeren zu Hause, Alex. Ja. Deine Funde. Nicht, dass der Edelweiß beim nächsten Sondelausflug immer noch drin ist. Und völlig zerdrückt. Völlig verschoben, ja. Ja. Mann, so weit muss in eine Vitrine. Auf jeden Fall. Das ist ein wirklich guter Funde. Da müssen wir erstmal nochmal fotografieren für die anderen Leute. Kannst du aus meinem Rucksack, die kannst du nehmen, diese Packung. Hast du die? Ja, auch die. Das ist doch nichts. Wollte auch, wenn ich das Dose nehmen. Die kannst du auch nehmen, ja. Na los. Genau. Mal gucken wir da. Oh nein. Da ist bestimmt unarbeitet. Au. Ne, da ist nichts drin. Ne, da ist leer. So, genau daneben ist noch ein Signal. Aber vorsichtig, gerade mal jetzt machen wir es mit der Hand. Neben dem Edelweiß. Ist das denn ein Holt-Signal? Knopfmäßig oder? Guck mal, jetzt wechseln Hand. Russenknopf. Ja. Was hat denn der Russe mit dem Edelweiß zu tun? Weiß ich nicht. Der hat sich klaut. Ja, da sind noch mehr Knöpfe dann. Wir haben inzwischen übrigens um die 20 Russenknöpfe hier gefunden. Hab die alle ja nicht mehr gefilmt. Ja, Morena. Und der glänzt aber noch ein bisschen mehr. Komisch. Auf verschiedene Größen. Ich sagte, naja. Ja, große, kleine und irgendwie helle, dunkle. Wir melden uns wieder, wenn was anderes aus nach außen Knöpfe kommt. Weil das ja doch sehr monoton ist. Immer die gleichen Knöpfe kommen. Eine Münze. Eine deutsche. Eine große. Nee. Sieht silbrig aus. Sag mal. Hindenburg oder was? Fünf Reichsmark Hindenburg. Doch. Nee. Doch. Nicht wirklich, oder? Warum? Sag mal hier. Wieso? Ja, guck mal hier. Bist du jetzt neidisch, oder was? Naja, ja. 50 Pfennig. Sich Regen bringt Segen aus Aluminium. Datum kann ich jetzt nicht erkennen. Moment, jetzt sehen wir gleich. Muss mal ein bisschen frei rubbeln. Ich glaube 1929 oder 1920. Eine Messerklinge. Die scheint abgebrochen zu sein. Und steht gar nichts drauf. Sieht modern aus. Ist auf jeden Fall noch scharf. Vielleicht von einem Pilzsammler. So, was ist los Alex? Erstmal wollte ich nochmal zeigen, dass ich hier... Licht reicht nicht aus. Licht reicht nicht aus? Jetzt... Achso, du hast das reingemacht, ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe hier gerade noch ein Schlüsselband gefunden. Mit Haken dran. Mit Öse. Und hier steht drauf. Alpha Predator. Was das wo ist? Sieht aus wie vom Waldarbeiter, wa? Könnte sein, ja. Aber der müsste ja vielleicht auch noch einen Schlüssel gehabt haben. Für irgendeine Maschine oder irgendwann. Verrostet oder abgerissen. Aber wer das weiß, was das ist, der kann es ja mal hier unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wollte ich nochmal sagen, weißt du, warum ich mir, warum ich diese schöne Edelweiße gefunden habe? Weil ich vorhin nämlich ein Hufeisen gefunden habe. Ein geschlossene und das mir ja angebracht habe. Das Glück ist nicht rausgefallen, weil die geschlossene ist und das blieb drin. Das blieb drin. Ich habe sie gefunden. Na gut. Schöne, dicke, alte Bäume sind hier. Ein Laubwald. Coole Funde, coole Runde. Hey du. Ja. Ganz besonders du. Abonnier doch einfach mal den Kanal. Willst du, dass die mich alle deabonnieren? Nee. Wenn du sie so anguckst. Wie alt denn die guckt? Zeig doch mal. Psycho. Echt, ja. Na ja, das ist hier auch ein bisschen psycho und gruselig. Das kann ich machen, ja. Das ist so komisch.